Ah, guck mal, die Werte sagen schon mal, ja, die Werte sagen schon mal, er ist schlechter. Mal gucken. Ist schon raceable. Aber ich glaube, besser als die Runde wird es fast nicht mehr. Und dafür ist 57 dann nicht so schnell. Das glaube ich gegen den Monstro City nicht reichen. Das wäre nicht so schlecht, wie ich dachte, von den Werten her. Oh, geil, was ihr gerade im Video gesagt habt, be happy, not cool. Was bringt es einem cool zu sein, wenn man nicht happy ist? Was, 55? Hä? Doch noch eine 55er geschafft. So. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020